Was ist das für eine Statue? Die Inschriften ist durch Kralenspur und Schlagfahrer und startet Möcke, Lichtfahrt in Narius auf alle Reise, diese heilige Landesherrschen. Ja, okay. Was ist das für eine Statue? Was ist das für eine Statue? Was ist das für eine Statue? das nachdenken Gehen wir mal nach hier unten und gucken uns was da so rot umkreist ist. Hilfe! Bitte! Seid vorsichtig! Okay, müssen wir das heute überlegen. Ich bin noch nicht bereit. 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 Ok, oh Gott, weg. Wo sollen wir denn hier wegkommen? So. Ah, ja das mal. Wo sollen wir denn hier, äh, Seleportation hier auch? So. Jetzt gibt's noch da hinten. So. 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 und Okay. um die stadt zu betreten müsst ihr dafür bleibt uns keine zeit was hat es damit auf sich wer kiowa schad betreten will muss ein läuterungsritual durchlaufen eine bedeutungslose geste doch manche finden trost darin wie könnt ihr es wagen lasst ihn passieren junge ich habe